Sie arbeiten gerade an einem Projekt und sind sich nicht sicher, wie die eine oder andere Stelle in Ihrem Projekt im fertig produzierten Video aussieht. Manchmal reicht das Vorschaufenster nicht aus, um aufwändige Animationen wiederzugeben. Wenn Sie nur eine kurze Sequenz aus Ihrem Projekt herausrendern möchten, markieren Sie diese Stelle mit den Anfassern am Abspielkopf und machen dann in der Auswahl einen Rechtsklick. Gehen Sie dann auf Timeline produzieren als. Diese Möglichkeit, kurze Bereiche aus dem Projekt zu produzieren, spart viel Zeit und Speicherplatz.